Da bin ich als Stadtkind endlich mal draußen gewesen und dann ist uns wirklich aufgefallen, wie viele Sterne es da gibt. Das Universum ist unendlich. Wir können es nicht erreichen, wir können es nur anblicken und dann irgendwas anfassen zu können. Das wäre toll. Wir fliegen mit Raumschiffen ins Weltall, um das Weltall zu erforschen. Aber manchmal kommt das Weltall auch zu uns. Jeder Meteorit ist wichtig für das Verständnis unseres Sonnensystems und auch der Entstehung des Lebens. Das Problem ist nur, man muss diese Meteorite finden. Mein Name ist Thomas Grau. Ich bin Meteoritenjäger. Jeder Meteorit ist ja eine Post aus dem Weltall. Einer muss die Post abholen. Und das bin ich. Das war mein erster. Und alle haben gesagt, dass du bist der absolute Glückspilz. Das wirst du nie wieder haben in deinem Leben. Und dann habe ich für mich einen Weg gefunden. Also suche ich nach aktuellen Meldungen und Zäugenberichten. Ich muss interpretieren, was sie gesehen haben. Entfernung, Position, Geräusche. Verschiedene Stücke machen diesen Bumm, Bumm, Bumm. Also man kann vom Ton her mitbekommen, wie viele Steine fallen. Ich trage alle Informationen in meine Karte ein und begrenze so das Fallgebiet. Na dann zieh ich los. Der erste Moment, ich sehe ihn. Ich gehe einen Schritt weiter. Ja. Da ist es. Jetzt versuche ich mal, daran zu wackeln. Wie mache ich denn das jetzt? Richtig schön, wie man es erwartet. Ein Fragment. Thomas ist kein Wissenschaftler. Was ihn antreibt, das ist dieser Jägerinstinkt. Und Thomas, der geht hin, sucht und findet. Papi, komm mal. 32 Meteorite habe ich gefunden in meinem Leben bis jetzt. Den frischen Meteoriten, also die Post aus dem All abzuholen und zu dem zu bringen, der sie lesen kann, das ist meine Aufgabe. Deshalb gibt es für mich nur eins. Suchen. Willkommen mit Frau. Oh. Okay. Okay. Okay.